Dreharbeiten zum neuen Film von Steven Spielberg. Ein durchgeknallter Professor versetzt eine ganze Nation in Chaos. All diese Richtungen, die sind irgendwo, liegen die noch rum. Und also, dann kann hier etwas plötzlich groß werden, und hier kann etwas groß werden, hier kann etwas groß werden. Spielbergs neuer Psychothriller, Dr. Lauter und Mr. Bach. Wie bei Dr. Jekyll und Mr. Hyde geht es um einen bekloppten Professor mit gespaltener Persönlichkeit. Nur dass der in meinem Film auch noch Gesundheitsminister ist, völlig Banane. Die Idee kam mir bei meiner dritten Corona-Spritze. Oder war das Botox? In dem Mystery-History-Film warnt ein kauziger Mediziner unermüdlich vor dem Corona-Killer-Virus. Verteidigt als Gesundheitsminister dann aber die Lockerungen. Immer wenn er über die Schwelle des Gesundheitsministeriums tritt, wird aus Dr. Lauter ein ganz anderer Karl. Das ist doch genial, oder? Eigentlich ist er für die Maskenpflicht, hebt sie dann aber auf. Er ist für eine Impfpflicht, legt im Bundestag aber keinen Gesetzentwurf vor. Ein Film voller irren Wirrungen und wirren Irrungen, bei denen keiner mehr weiß, wer eigentlich wer ist und wer was will und wer nicht. Das ist jetzt der Minister und der Abgeordnete Lauterbach. Der Abgeordnete ist für die Impfpflicht, das ist ganz klar. Die Handlung ist komplett absurd. Den Rest hält Spielberg allerdings sehr schlicht. Die Doppelrolle des Professors ist wenig tiefgründig vom Kölner Pantomimen-Clown Tönis Marowski verkörpert. Außerdem spielen etwa drei Viertel des Films an nur einem Set. Dem Talkshow-Studio von Markus Lanz. Hier ereignet sich auch die Schlüsselszene des Films. Der Professor wandelt sich live in der Sendung und hebt die Aufhebung der Corona-Quarantäne einfach auf. Ich gebe zu, da habe ich dann selber nicht mehr ganz durchgeblickt. Lauter oder Bach, Bach oder lauter, lauter, lauter Bachs. Wie zur Hölle soll ich das denn am Ende auflösen? Und so bleibt der Zuschauer leider ratlos zurück. Warum lenkt gerade so einer das Land durch eine Pandemie? Und warum zeigt er überhaupt zwei so unterschiedliche Gesichter? Hat Bundeskanzler Scholz ihn hypnotisiert? Hat Dr. Lauter sich selbst geklont und dabei einen Fehler gemacht? Oder hat der Koalitionspartner FDP ihm heimlich was ins Getränk gemixt? Jederzeit möglich. Ich trinke gerne Rotwahl. Anders ist dieser Film auch nicht zu ertragen.